Hallo, Armin Staudt mit einem kleinen Photoshop Tutorial zum Thema Photoshop Freistellen. Jetzt habe ich lange überlegt, ob ich dieses Video überhaupt in diese Playlist aufnehmen soll, weil wir brauchen heute einen erweiterten Freistellungsbegriff. Normalerweise definieren wir Freistellen so, dass wir ein Objekt freistellen und dann den Hintergrund austauschen oder dieses Objekt in ein Composing ziehen oder sowas. Das ist irgendwie Freistellen. Das ist mir aber eigentlich zu klein, weil bei meiner Arbeitsweise ist es oft so, oder meistens so, weil ich Hintergründe selten austausche, dass ich Freistellungen mache, um so zum Beispiel den Vordergrund, also das Motiv, das Porträt, getrennt vom Hintergrund zu bearbeiten. Das ist zum Beispiel auch eine Freistellung. Das könnt ihr hier an dieser Maske sehen. Das ist eine Freistellung. Diese Freistellung muss jetzt aber nicht so hundertprozentig sein, weil wir ja nichts austauschen. Das heißt, alle Pixel bleiben erhalten, aber ich will die unterschiedlich bearbeiten. Das ist auch eine Freistellung. Das habe ich gleich einmal, zweimal, dreimal in diesem Bild gemacht. Und der eigentliche Trick, den ich euch zeigen will, und deswegen habe ich nämlich überlegt, soll ich das in diese Playlist aufnehmen, ist nämlich der, dass wir eine dreifach RAW-Entwicklung machen, damit wir nämlich ein eigentlich schlechtes Foto zu einem halbwegs passablen Foto machen können. Dazu muss ich aber jetzt zu Lightroom rübergehen. Jetzt sind wir hier in Lightroom. Jetzt gucke ich erstmal, ob ich das richtige Foto habe. So, ja. Ja, genau. Das ist das Ausgangsbild. Das habe ich allerdings schon bearbeitet. Jetzt zeige ich euch mal gleich einen coolen Kurzbefehl. Wenn wir ins Bearbeiten, ins Entwickeln-Modul gehen, da drückt ihr nämlich Shift und V und dann seht ihr nämlich, wie es aus der Kamera gekommen ist. Also das würde dementsprechend, wenn ich das jetzt hier zurücksetze, alle Regler sind quasi auf Null. Ja, die sind jetzt hier nicht auf Null, weil es geht hier nur um die Darstellung. Ja, die Regler bleiben so, wie sie sind. Okay. So, und jetzt machen wir nochmal Shift und V. Oder nee, jetzt seht ihr das. Das war halt ein Schnappschuss. Ja, ich bin mit meinem Sohn unterwegs und da war diese wunderbar 50er-Jahre gefließte Mauer. Die war aber in der prallen Sonne. Also was mache ich? Ich habe ein total unterbelichtetes Foto gemacht, in der Hoffnung, da ich ja eben mit Sony fotografiere, dass ich hier die Tiefen extrem hochziehen kann, ohne dass jetzt mein Bild anfängt zu rauschen oder so. Ja, jetzt ist das natürlich schwierig, weil das war in der prallen Sonne. Wir konnten hier nicht in Schatten gehen. Das heißt, irgendein Schatten, oder ich glaube, das ist sogar der eigene Schatten, dadurch, dass ich hier pralles Licht auf der linken Seite hatte, also von uns aus gesehen, entsteht halt hier rechts so ein Schatten und da sind halt überhaupt keine Kontraste oder sowas drin. Jetzt habe ich das halt entwickelt. Das heißt, okay, ich habe hier eine kleine Transformation gemacht, damit hier die Linien irgendwie besser passen, da diese Perspektive nicht mehr so ist. Habe hier an ein paar Reglern gezogen. Das ist wirklich nicht viel. Ein bisschen an den Farben gedreht, so dass man so eine ungefähre Entwicklung hat. Das spielt jetzt nicht so eine Rolle, weil wir nämlich das in Photoshop jetzt eh nochmal verändern werden. Das heißt, ihr macht einfach eine Entwicklung, mit der ihr so halbwegs zufrieden seid, ohne jetzt hier großartig auf die Werkzeuge zurückzugreifen. Das machen wir alles in Photoshop. Und dann macht ihr einen Rechtsklick und geht, und das ist jetzt ganz wichtig, ihr müsst das als Smart-Objekt öffnen, sonst funktioniert die Methode nicht. Und da das aber irgendwie ein, zwei Minuten dauert, habe ich das in Photoshop schon mal vorbereitet. Das heißt, ich habe jetzt hier mein Smart-Objekt, wenn ich einen Doppelklick drauf mache, könnt ihr das sehen. Ja, das ist so, wie ich es in Lightroom entwickelt habe. Ja, sieht irgendwie jetzt gelbstichig aus oder was auch immer. So, jetzt kommt der eigentliche Trick. Jetzt machen wir hier einen Rechtsklick drauf, und das ist jetzt ganz wichtig, dass ihr das richtig macht. Das ist nämlich ein neues Smart-Objekt durch Kopie. Das heißt, wir machen jetzt ein neues Smart-Objekt. Wenn ihr jetzt eine normale Kopie machen würdet, dann würden sich alle Bearbeitungen des einen auf das andere übertragen. Ja, das ist dann quasi wie so eine Art Verweis. Okay, deswegen brauchen wir ein neues Smart-Objekt, und dann kann ich das getrennt bearbeiten. Ich verlinke euch das nochmal oben. Ich habe da schon mal ein detaillierteres Video über dieses Thema gemacht. Okay, so, jetzt können wir auf die obere Ebene einen Doppelklick machen, und jetzt im besten Falle haben wir hier noch Futter bei den Tiefen und bei den Lichtern, haben wir aber nicht mehr. Das heißt, ich könnte jetzt hier noch irgendwelche Kleinigkeiten machen, also so ein bisschen heller machen, dann mit den Schwarztönen wieder ein bisschen gegensteuern, oder hier die Tiefen ganz rauf machen oder so. Aber ich habe ja nicht genug Futter, um jetzt hier nochmal mehr Kontraste rauszuholen. Ja, deswegen muss ich jetzt einen Trick anwenden. Und der Trick ist der, dass wir auf dieses Smart-Objekt nochmal diesen Filter anwenden, nämlich den Camera Raw Filter. Und wenn ich das mache, dann sind alle Regler wieder auf Null. Ja, aber nicht die von vorher, von dem Smart-Objekt, die sind alle so, wie sie waren, sondern ich kann jetzt hier nochmal wirklich an den Tiefen rumschrauben. Das heißt, ich kann das jetzt nochmal heller machen. Also ich übertreibe das natürlich jetzt wieder, weil das ja ein Tutorial ist. Ich kann jetzt hier die Lichter hier nochmal ein bisschen runterziehen und kann jetzt hier nochmal mit den Schwarztönen gegensteuern. Ja, das ist der eigentliche Trick. Jetzt könnt ihr natürlich auch noch an den Farben arbeiten und Pipapo. Ja, das spare ich mir jetzt mal. Sondern es geht jetzt wirklich nur darum, dass wir jetzt ein Ausgangsbild dafür schaffen, dass wir in Photoshop weiterarbeiten können. So, und jetzt brauche ich meine Freistellung. Jetzt gehe ich einfach auf das Schnellauswahlwerkzeug mit W hier und dann gehe ich auf Motiv auswählen. Hallo? Okay, so, und jetzt kann man natürlich diese Maske noch ein bisschen verfeinern. Wir gehen jetzt gleich mal auf Auswählen und Maskieren. Machen das jetzt aber hier in dem Überlagerungsmodus, weil die Zwiebelschicht bringt uns ja nichts, weil wir können dann gar nichts mehr sehen, weil wir ja den Hintergrund nicht austauschen. Ja, und die Pixel sind ja alle noch da. Ha, ha, ha. Deswegen brauchen wir jetzt irgendwie einen Hintergrund, der uns das besser zeigt. So, diese Sachen hier, die mache ich normalerweise weg, weil ich ein ordentlicher Mensch bin, aber das interessiert uns eigentlich gar nicht. Also das hier müsste weg. Ja, das heißt, wir machen das am besten am besten hier mit dem oberen Tool. Das verwende ich aber auch selten. Jetzt müssen wir hier einmal auf Minus klicken. Das entspricht jetzt quasi dem Tool, so wie ihr es normalerweise habt, mit der Schnellauswahl. Ja, also wenn ihr hier oben auf den, wie heißt das, weiß ich auch nicht. Ich habe noch nie drauf geguckt, Schnellauswahlwerkzeug. Ja, das ist das Schnellauswahlwerkzeug. Könnt ihr einfach hier mit Minus, ja, jetzt hat, guck mal, was der mir jetzt hier alles weggenommen hat. Das mache ich jetzt nochmal rückgängig. Dann mache ich das lieber mit dem Pinsel. Okay, einfach mal mit dem Pinsel weg. Das könnt ihr euch aber auch sparen, ja, weil wie gesagt, diese Kanten sind diesmal nicht so wichtig, weil wir ja jetzt nur an den Farben und Helligkeiten arbeiten. Allerdings würde ich jetzt doch mit dem Werkzeug, mit dem Werkzeug, Kante verbessern, Pinselwerkzeug, würde ich jetzt doch nochmal einmal um die Haare rumgehen, damit das ein bisschen schicker ist. Ja, mehr brauche ich da gar nicht. Das muss jetzt, wie gesagt, nicht hundertprozentig sein. Das ist der Unterschied. So, jetzt gehen wir hier auf OK. Und dann hängen wir das hier als Maske dran. Und jetzt in diesem Moment, da ist überhaupt nichts passiert, ja. Trotzdem habe ich jetzt eine Maske und kann in diesem Moment jetzt einfach Vordergrund und Hintergrund getrennt voneinander bearbeiten. Das heißt, ich kann jetzt nochmal einen Doppelklick auf die untere Ebene machen und mich jetzt hier zum Beispiel mal um den Weißausgleich kümmern. Ja. Den irgendwie ein bisschen besser machen. Ich kann jetzt auch sagen, hm, das Gelb soll, was weiß ich, ein bisschen dunkler sein. Keine Ahnung, ja. Das ist halt jetzt der künstlerische Part. Ja, dafür bin ich jetzt nicht zuständig. Ich bin nur für den technischen Part zuständig. Das heißt, wenn ihr das jetzt so gemacht habt, dann könnt ihr jetzt quasi mit diesen drei Camera Raw-Geschichten Vordergrund und Hintergrund getrennt bearbeiten. Und dann geht es halt weiter. Wenn ihr das gemacht habt, ich kann das ja mal zeigen, so ist es aus Lightroom gekommen. Das ist die Dreifachentwicklung. Ja, da ist jetzt echt ordentlich was passiert, oder? Da sind zwei Masken drüber, weil das Problem ist, dass das T-Shirt mir dann zu hell war und das habe ich dann hier mit der Maske einfach nochmal rausgenommen, so dass dann hier der untere Part, der ja dunkler ist, also dieser hier, dass der dann nochmal rauskommt. Okay, und dann kommt eine Retusche, dann kommt ein bisschen Dutch & Burn, da ist auch nicht viel passiert, dann kommt ein Color Grading, dann kommt unten eine Vignette, damit man nicht so, wie soll ich sagen, damit der Blick so ein bisschen mehr nach oben geht. Dann kommt hier noch ein Overlay rüber. Ja, das ist eine ganz einfache, ein blauer Lichtstrahl, den ich hier rot eingefärbt habe. Dann eine selektive Farbton-Korrektur, der bezieht sich nur auf den Hintergrund, das seht ihr hier wieder an der Maske. Und dann habe ich nochmal den Kontrast verstärkt mit einer Schwarz-Weiß-Ebene, die im Modus Luminanz ist. Ja, das ist aber ein anderer Trick, den zeige ich euch mal an anderer Stelle. So, das war jetzt einfach mal eine Freistellung mit erweitertem Freistellungsbegriff. Das heißt, das wird euch im Alltag irgendwie am meisten vorkommen, ja, dass ihr irgendwie eine Gradationskurve anwendet, aber ihr wollt das nur auf einem bestimmten Bereich anwenden. Im Grunde ist das dieselbe Technik wie mit Luminanzmasken. Ihr macht eine Luminanzmaske, packt die auf eine Gradationskurve und könnt dann ganz gezielt bestimmte Bereiche eures Bildes bearbeiten. Diesmal haben wir es aber im Grunde primitiver gemacht, indem wir einfach nur Vordergrund und Hintergrund getrennt voneinander bearbeitet haben. Ich hoffe, das passt irgendwie in die Playlist. Ich packe das da mal rein und ich werde dann auch in den Kommentaren sehen, ob das okay war oder nicht. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Euer Armin Staut. Ich habe dich noch in die L Sherpaus. Vielen Dank.